Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Edna bricht aus. Eine Kleinigkeit will ich noch zeigen, bevor wir hier rausgehen. Das hat mir ein Mitarbeiter von der Delic Entertainment verraten, wenn man auf die Leertaste drückt. Haha! Dann sieht man hier ganz kurz die ganzen Sachen, die man anklicken kann, beziehungsweise sich ansehen kann. Das ist also was recht Interessantes, wenn man nichts übersehen will. Auf der anderen Seite, ja, eine gewisse Spoilergefahr steckt auch dahinter. Ich weiß noch nicht, wie oft ich dieses Feature nutzen werde, aber ich denke mal, wenn man so ziemlich fertig ist, wie, denke ich jetzt mal, was auch der Fall sein wird in diesem Raum, kann man das ja mal immer ausprobieren, um einfach sicher zu gehen, dass man noch nichts übersehen hat. Warum nicht? Ein sehr nettes Feature. So, sehen wir uns den Artikel zum Beispiel nochmal an, den haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Schaue an, Artikel. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Nichtraucher, ein Streichelzoo vermisst. Okay. Okay. Äh, ja. Also, Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwilliger gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Horatio, yeah! Na gut, lassen wir das. Ähm, okay. Das sind nützliche Informationen. Also, der arme Kel wird des Mordes beschuldigt. Schrecklich. Gut. Sollen wir nun hier rausgehen? Oder sollen wir noch was mit dem Wächter machen? Ich mein, wir könnten ihm nochmal eins mit, äh, unserem guten alten Poloschläger verblätten? Was könnte ich tun? Hahaha. Hahaha. Denn wenn ich dich umbringe und deine Kleider stehle, Hahaha. Dann wird jeder glauben, ich sei der echte Hulgur. Hahaha. Lassen wir das. Nein, er hatte genug. Na gut. Dann gehen wir raus hier. Ich sollte erst Hulgur beiseite schaffen. Komm schon, wir können später aufräumen. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Du bist ganz schön abgebrüht, Madam. Ah, okay. Wir sollen ihn verstecken. Ich finde, eigentlich hinter dem Schreibtisch ist er schon ganz gut versteckt. Aber gut. Äh, in den Kamin werden wir ihn wohl kaum stopfen können. Aber, mit Sicherheit in den Schrank. Okay. Äh, benutze Hulgur. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß. Der Schrank. Ätter. Was zum... Guckt euch das an. Hahaha. Der ist doch keine Fledermaus. Egal. Ähm, können wir den Schrank wieder zumachen? Wäre vielleicht sinnvoller. Ähm. Genau. Das wäre nämlich sinnvoller. Sehr gut. Jetzt, wo der gute alte Hulgur kein Problem mehr dasteht, werden wir als erstes noch einmal speichern. Das ist ganz wichtig. Zack. Und nun. Nichts wie raus hier. Äh, okay. Ein Flur. Eine Pflanze. Mit der werden wir auch sofort mal reden. Hallo, kleine Pflanze. Bekommst du auch genug Licht? Wasser. Wasser. Hm. Zumindest bekommt sie nicht genug Wasser. Gehen wir mal hier rein. Ja, aber nutze Tür. Klar. Wir können auch einfach hingehen, würde ich mal sagen. Geht ja auch. Im Zweifelsfall. Wowie. Okay. Radioaktiv. Oh mein Gott. Oh Geist der Flasche. Gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Was haben wir denn noch hier Schönes? Die Alfpuppe. Hässliche Kartoffel, dieser Alf. Echt? Ich finde ihn gar nicht so hässlich. Oh nein. Jetzt sag nicht. Jetzt sag nicht, da drin wird was konserviert. Iiiiih. Hey. Du bist auch nicht gerade Miss Multiversum? Was soll... Okay, das Spiel wird... mehr langsam Suspekt. Worauf hab ich mich da eingelassen? Ähm... Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Oh mein Gott. Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Entschuldigung. Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Ha 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 ha. Das ist... Entschuldigung. Das fand ich jetzt sehr gut. Oh Mann, oh Mann. Ah. Glaub ich... Weiß... Ich glaube, ich sollte ihn mal ein bisschen zu Dr. Marcel befragen. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah. Ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Können wir alle nachvollziehen. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein. Ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Hm. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Dieses typische Hirn-im-Glas-Klischee. Ciao, Bobo. Wirklich schrecklich. Poki. Ich nehme mal an, du hast das alles hier verbrochen. Erzähl uns mal, warum du das getan hast. Ein Tipp, redet mit Bobo, dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und, äh, ja, Geschäftsführer von Delic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tue es. Ich habe den Soundfile, äh, ich bin ein Gehirn in einem Glas, äh, lange Zeit auf meinem Desktop gehabt, bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens, ähm, bei dem Gespräch mit der ALF-Kuppe, tatsächliche Schnipsel von einer ALF-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet. Ha, ha, ich lache wie tot, und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser, böser Poki. Wer sich übrigens in Etnabricht ausgeärgert hat, dass er die Bowlingkugel, hier unten links im Regal, nicht mitnehmen durfte, bei Harvey's Neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Eine Marke im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harvey's Neue Augen. Besucht ihr diesen Raum und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar-Comic mit, also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt. Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden, soviel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Etna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. Auf diesem Bild wäscht Captain Unbrauchbar gerade seine Karotte. Ich hab keine Ahnung. Das macht es irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich hab mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Sensationell. Danke für den Tipp. Okay. Ich würd mal sagen, hier drin wird uns auch so schnell keiner erwischen, oder? Dann gucken wir uns das mal schnell an. Das will ich dann jetzt doch mal machen, auf jeden Fall. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah. Es ist die limitierte Erstauflage. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen hinterlistige Himbeerkerne. Okay, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da noch kommt. In diesem Bild sagt Captain Unbrauchbar, mit Rauchmeldern wäre das nicht passiert. Was für eine Weisheit. In diesem Bild überreicht Captain Unbrauchbar den Kommissioner einen Sack voll Zehennägel. Den könnten wir gut gebrauchen für unsere Schrauben. In diesem Bild trägt Captain Unbrauchbar einen Hut. Wow. Er hat einen Hut. Er ist der neue Captain Unbrauchbar. Mit Add-On. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar im Tiefpaterrl Cave gegen Teppichreste. Cool. In diesem Bild schont Captain Unbrauchbar seine Nerven. Das ist auch mal nötig. In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Zehnfehler im nächsten Bild. Wow. In diesem Bild sagt Captain Unbrauchbar, vertragt euch wie echte Politiker. Das ist so geil gerade. Ich glaube ja auch nicht, wie viel Spaß ich gerade habe. Oh Mann, ich liebe dieses Comic. Okay, war es das? Oh Mann, ich liebe dieses Comic. Ja, Tatsache. Oh, das ist so schön. Nette kleine Spielereife zwischendurch. Gut. Okay. Was haben wir denn hier noch? Benutzen wir einfach mal wieder die Leertaste. Wäsche, Reagenzgläser, ein Lichtschalter. Ähm, wird man... Wahrscheinlich habe ich die falsche Auflösung, jetzt die falsche Bildschirmauflösung gewählt, weil hier das Wort Lichtschalter ist bei mir jetzt abgeschnitten. Ich denke auch mal, dass das dann auf der Aufnahme so der Fall sein wird. Äh, bitte ich zu entschuldigen. Ah, gut, okay. Sehen wir uns mal die Kartons an. Was da wohl drin ist? Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob. Potztausend. Das ist Glas. Ist das geil. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite. Sich untereinander austauschen. Das ist... Gerade der Austausch zwischen den einzelnen Lebewesen und Kulturen ist doch ganz wichtig heutzutage. Also ich hätte mit den Kartons geredet. Einfach vielleicht, um mir mal den Blickwinkel von Kartons einfach irgendwie zu ermöglichen. Zu bestimmten Themen, die uns alle bewegen, wie Politik oder... Okay, ich sollte vielleicht damit aufhören. Ich sollte vielleicht mal gucken, was hier ist. Ja, genau. Sehen wir uns mal das Fenster an. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Was daran romantisch? Ich finde das schrecklich. Oh Gott. Gut, dann machen wir mal das Fenster auf, würde ich mal sagen. Wenn es geht. Wahrscheinlich geht es nicht. Ich kenne euch. Es geht. Ich kenne euch doch nicht. Okay. Es geht einfach so? So einfach lasst ihr mich hier raus? Hm. Bestimmt nicht. Wir sind hier in einem Turm. Ihr lasst mich bestimmt nicht so einfach raus. Beziehungsweise Edna wird sich wahrscheinlich weigern, da einfach rauszuklettern. So ein alter Adventure-Manier. Das kann ich nicht machen. Sie kann es doch machen. Aber. Wow. Geh zu unten. Rede mit unten. Ja klar. Ja klar. Oh Gott. Hallo. Niemand hört mich. Das ist sehr traurig. Hm. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Gut. Dann gehen wir mal hier entlang. Wowie. Okay. Ich frage mich, ob das so klug ist, sich hier vor dem Fenster zu zeigen. Aber gehen wir einfach mal ganz schnell. Ja. Sehr gut. Dran vorbei. Das kriege ich so nicht auf. Ich brauche mein Werkzeug. Hm. Hm. Gut. Oder sind da wieder Schrauben dran? Nein. Damit lässt sich das Gitter nicht aufschrauben. Okay. Es sind Schrauben dran. Tja. Werden wir hier jemals wieder runterkommen? Wie werden wir es wohl schaffen, hier auszubrechen? Äh. Ich wollte eigentlich speichern. Ja. Würde mehr Sinn machen. Was hat Poki dazu zu sagen im nächsten Part? Ja. Ich bin schon sehr gespannt. Bis dann. Euer Weehawk LP. Ja.